Willkommen zurück zu Depp by Daylight, wieder als Spirit unterwegs und diesmal auf Modelsbehausung. Viel Spaß. Ups. Ah, hallo? Glück gehabt, du Sau. Kannst keinem erzählen. Geh weg, Nia. Ihr spielt also zusammen, okay. Okay. Tja, Bill. So. Ist mir egal. Die liegt auch. Den hängen wir aber auf, bevor... Wann da irgendwas passiert? Ach, komm schon. Dein Ernst. Ach, Mädel. Du T-Bagst mich? Mit Sicherheit. Ja, ja. Arroganz kann sich halt nicht jeder erlauben. Ich mein, ich kann's mir auch nicht erlauben. War so ne verkackte Nia schonmal gar nicht. Hallo, Bill. Hä? Das war so dumm von dir, Kollege. Oh, Nia. Oh, Nia. Mh. Mh. Die ist ja hier irgendwo. Hab dich, Clothet. Und... Da liegt der Bill. Das ist mir egal. David King versucht jetzt bestimmt zu blocken. Merkt, er kann nicht blocken. Tja, das war ein Fehler von dir. Nur Glück gehabt, Mädel. Hm. Wo sind die beiden? Ja, da oben. Jetzt einer von denen war jedenfalls da oben. Ach, Dude, komm schon. Komm. Na? Gott, Gott, Gott. Komm schon. So, den haben wir auch schon mal. Ah. Schon so ein bisschen langweilig da hinten. So, da haben wir so die Mutter Clothet. Na komm. So, Hit Nummer 1. Hit Nummer 2. What? Jetzt hoffe ich natürlich, dass Clothet hier nicht unburgsam hat. Das wäre nämlich sehr uncool. Oh. Ach, ernsthaft? Was bist du für eine Muschi, ey? Oh. Ich disconnecte, weil ich keine Chance habe. Oh. Gott, ist das nervig. Jetzt muss ich auch noch die Clothet suchen. Wo ist die? Komm schon, Clothet. Wo bist du? Also, eine Luke wirst du nicht finden, Mädel. Komm, Mann. Ich höre auch nix. Ich höre auch nix. Ich muss zugeben, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Dann nutze ich die Zeit eben dafür, einfach um Generatoren runterzutreten, wenn ich die Clothet schon nicht finde. Ich hoffe, es gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, es gefällt mir gar nicht. Komm schon, wo bist du. Viel weiter kann sie doch nicht sein. Oder? Komm schon. Komm, Clothet. Zeig dich. Ich kriege dich. Oder auch nicht. Tod bist du sogar so. Jetzt weiß ich gar nicht. Kriege ich viele extra Punkte oder wenig extra Punkte für ausbluten lassen? Tja. Tod. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wieder mal gewonnen. Reingehauen. Ich essejstensche. Sieh. Ich sehe mich einfach Five white. Sometimes. Mais keine Frage.